ja das ist das ähm ja warte mal bei mir in den verladen modell ist es das ein von den expansion slots das müsste glaube ich das letzte expansion slot sein ja das letzte letzte expansion slot ich würde gerne mal wissen was mit diesem kodex ist ah ich kann so einfach einiges durchlesen an geschichte von dem das wars aber auch ja wenn du halt ein bisschen mehr story haben möchtest ne das werde ich jetzt so warte mal moment mal was ist das was ist mal dieser schock hopper ah hat sich erledigt das ist der mac einfach nur ein paar infos darüber ok schock hopper ja das hieß so schock hopper was sollen wir machen wieso mach doch was das ist jetzt ist das erstmal was so ähm ja ich bräuchte für den garten mal was mal was von dem gras wo auch immer das ist aber zum glück habe ich ja google schock hopper da war ein gras block das 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 so 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 太 so 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 Ok. Bei Floralen in Alpine Biomen. Unsere erste Zuckerernte. Snow, Tundra und Forest. Da brauche ich das. Der Forest. Und ich brauche dringend einen Treibstoff vom Mond. So, jetzt haben wir schon mal Zuckerernte. Auf mein Schiff beamen. Und bitte einmal mit dem Mektar runter. Obwohl ich fand, dass man ohne Mektar besser wäre. Aber trotzdem, Papa, du warst es ganz klar. Bitte? Du machst es trotzdem, weil du es kannst. Ja, so ungefähr. Okay. Ja, so ungefähr. Ja, so ungefähr. Ja, so ungefähr. Okay. Um die Reichweite zu erhöhen, bräuchte ich noch mal 12. Ich habe schon 9. Ich brauche noch 2 weiter. Okay. Und dann für was anderes bräuchte ich aber 24 beziehungsweise 48. 82 Mal die Volatorenkungen. Und ich glaube, das ist für alle Upgrades für alle. Für alle? Ich habe 9. Für alle auf всех nur braucht. Mit der 84 ich glaube 9. Ah, ich hab noch so ein Halskopf für eins meiner Tiere, Methilin 2. Ich weiß nicht, ob es das alles von diesen Tieren geben soll. Ach du Scheiße. Das ist ein gutes Gefühl, dass ich gleich drauf gehen werde. Oh, ich hab's noch raus geschafft, okay. Ja, ich guck mal. Ich könnte noch ein paar Poké-Bälle herstellen. Pokémon? Ja, ich hab's nach der Idee, ich hab's nach der Idee, Poké-Bahn. Jetzt machen wir noch ein paar Poké-Bälle. Hauptsache ich bin einfach aus dem Mech ausgestiegen, dass die das irgendwo da unten verraten. Ja, der kommt schon von alleine aus. Kommt der hier wirklich? Ja, was heißt das? Okay, drei Durastie und einen, die haben wir dann. Mache ich ein paar Poké-Bälle. Okay, aber ein bisschen was, ne? Mache ich mal ein paar Poké-Bälle. Ah, ich wollte immer noch was verkaufen, Idiot. Hab ich ganz vergessen. Ähm. Ähm. Da. Hehehe. Hähehe. Ich brauche mehr von dem Mond Scheiss. Brauchst du mehr von dem Mond Scheiss? Ja hier der Treibstoff. Ich war mir schon klar, dass du damit das meintest. Ich habe damit nur Scherz gemacht. Okay. Ein kleiner Meteoritenregen. Oh, ist das süß. Oh, bist du süß! 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 Und wieder runter! Oh, bist du süß! Da nochmal hoch und. Ich hoffe mal das wird dann auch reichen. Dann kann ich nämlich gleich mal noch diesen Alpin-Biom suchen. Das Bisschen nehme ich noch mit und dann geht's los. Auf zum Schiff. Erstmal beladen. Was machst du dann? Dann gucke ich gleich diesen Alpin-Biom. Achso, da willst du die Skars-Blöcke nicht? Ja, die Blöcke will ich da haben. Das Böde ist wirklich, dass jetzt... Ich weiß nicht, wie man jetzt die findet. Ich habe jetzt hier ein Tundra. Ja, Tundra. Wer ist jetzt auf? Oder ist das ein Frozen Star? Was ist jetzt genau diese Alpin-Biom? Das gibt es halt... Du musst gucken auf welchen Planeten es gibt. Ja, aber da stand ja drauf Alpin-Biom und dann weiter bei Forest, Tundra und weiß ich nicht was. Ich habe jetzt hier lauter Planeten mit Forest und Tundra. Jetzt habe ich aber halt temperierte Sterne. Oder... Jetzt habe ich noch Firestar. Ich weiß... Ich kann nichts mit diesen Alpin-Biomen anfangen. Das gibt es halt... Du musst gucken, bei welchen Planeten es das gibt. Verstehst du? Nein. Das ist das Alpin-Biom. Dieses Biome gibt es bei verschiedenen Planeten. Und dann musst du gucken im Internet... Ich weiß jetzt erst mal... ...welchen Planeten es ist... Also über welchen Planeten es diese Alpin-Biom gibt. Schon genau. Vorles, Tundra und noch irgendwas. Ja, dann musst du halt bei Forest, Tundra, diese Planeten suchen. So, dann ganz easy. So, dann... Jetzt gehe ich hier... ...auf den Wald... ...zum Wald runter. Was macht der jetzt? Und ich bin auf dem Wald. Und ich bin tot. Nee, noch nicht. Dürfte aber nicht allzu lange dauern. Bist du tot bist? Jo. Nein, was ist das? USCM? Was ist das? United States Marine Corps. Das könnte sogar hinhauen. Ah, die greift mich an! Okay, wenn ich's auf die Tour wollen... Okay, den muss ich mitnehmen. Das wirst du später sehen, wenn ich wieder zurück bin. Die Frage ist, wen musst du mitnehmen. Das wirst du später sehen, wenn ich wieder zurück bin. Das war's. Ich bin mir nicht. Das wirst du mitnehmen. Das wirst du mitnehmen. Ich bin schon mal. Das wirst du mitnehmen. Sie können nur noch nicht mehr zurücknehmen. ich habe so feisch in den Hintergrundvokal gemacht ich bin hier bei einem neuen Vokanik-Kandidaten und besucht jetzt hier nochmal Tempel ich habe mir die Marine aufgenommen, wenn sie Marina ist das ist ein riesiger Knast, alles in Ordnung eingezogen oh, 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 oh mal weiter was ist das hat ich bin So, kann ich jetzt mal eine Ruhe looten. Hey, der Musik ins Moment. Huh! Ich hab die Schlaufe im Fenster gemacht. Ich weiß, ob du schon so richtig gut ausgerüstet bist, ne? Ich sehe immer noch fett damage, die Gegner. Fragt man sich, wer soll der Scheiß, ne? Das ist aber schon die kräfteste Babo-Rüstung. Die Dinger sind geradeaus, aber die sind später für ganz große Bedeutung. Der Beutung Schlaufe Der Beutung Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020